Läuft das schon? Läuft das schon. Bist du bereit? Ja, es läuft schon. Das läuft schon, ja. Okay, sicher. Fangen wir jetzt an. Moin, servus Leute. Moin, hallo zusammen. Wir sind Arthur und Stefan von eurer Lieblingsband in Schwarz, ihr kennt uns bestimmt. Und wir sind hier heute in Waldersdorf vor einem wunderbaren Saal, der befindet sich dann oben. Und hier wird am 6. November diesen Jahres unser Bevor-als-zerbricht-Festival in die zweite Runde gehen. Es wird mega cool, es wird was zu essen geben, es wird was zu trinken geben. Neben uns sind auch ein paar geile Bands am Start, unter anderem nämlich unser alter Freund Benny. Letztes Jahr dabei war, könnt ihr den noch kennen. Und dann noch eine legendäre Band aus Kreiz, und zwar sind das FSP Hochzwee. Ja, es wird so ausgesprochen, ihr habt richtig gehört. Die werden unter anderem mit uns den Saal hier oben abreißen und es wird mega cool. Coole Party. Sichert euch Tickets. Die gibt es bei uns im Shop, den Link blenden wir euch für irgendwo ein. Oder unten in der Videobeschreibung steht da auch nochmal drin. Da auch. Und ansonsten auch wo. Ja, macht euren Kalender auf. 6. November, tragt es euch ein. Pflichtveranstaltungen. Ich meine, immerhin euer Lieblingsband in Schwarz. Und ein Live-Konzert noch dazu. Tragt es euch ein, Leute. Seid dabei. Genau. Infos gibt es wie immer bei uns bei Instagram und bei Facebook. Also schaut da immer mal vorbei, wenn ihr dann Rekorden habt. Und da gibt es alles Aktuelle. Bis dahin, Weltgesund. Und Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Meine wiederholtzexe Kann schon lange nicht mehr sagen Was du für mich bist Was du für mich bist Ich finde nicht die Worte Um dir alles zu sagen Die war heute über mich Die war ein über mich Es ist schon viel zu viel passiert Um mich wieder zu vergessen Was hast du mit mir?